Nächster Redner ist der Finanzsprecher der SPÖ, Kayan Krainer. Das letzte Stichwort vom Kollegen Rossmann war Schaden. Stimmt, das ist, glaube ich, ein Stichwort, das gut passt auf die Hypo, weil das natürlich ein Riesenschaden ist. Und das war vor ziemlich genau fünf, sechs, also vor fünf Jahren, wie wir hier debattiert haben, noch vor der Notverstaatlichung. Da war schon klar, dass es einen Riesenschaden geben wird für den Steuerzahler. Dass man achten muss, auch darauf, dass dieser Schaden möglichst klein gehalten wird. Da hat eine Debatte hier stattgefunden. Und ich erinnere nur daran, dass die SPÖ hier gesagt hat von diesem Rednerpult, unabhängig davon, wie groß dieser Schaden wird, die SPÖ steht nicht zur Verfügung, dass wir diesen Schaden durch Massensteuern bezahlen, sondern wir werden schauen, dass dieser Schaden vom Bankensektor bezahlt wird. Und das ist auch nicht unwesentlich zu sagen, dass wir das dann auch durchgesetzt haben und dass wir dann seit 2011, seit 01.01.2011, auch die Bankenabgabe haben, wo wir pro Jahr vom Sektor, der gerettet wurde, auch durch die Rettung der Hypo und nicht nur, sondern auch durch eine Reihe von Maßnahmen, dass die jetzt auch einen nennenswerten Beitrag von im Moment ca. 640 Millionen Euro im Jahr zahlen, um diesen Schaden mitzufinanzieren. Und das halte ich auch ganz, ganz wichtig, immer zu sagen, quasi, wie finanzieren wir überhaupt diesen Schaden, dass wir jedenfalls darauf schauen, dass möglichst 100 Prozent oder möglichst ein großer Anteil auch von jenen bezahlt wird, die durch die Rettung profitiert haben. Wo der Schaden entstanden ist, wer die Brandstifter waren, ist, glaube ich, in der Zwischenzeit fast allen klar hier in diesem Raum. Es gibt nur noch eine Fraktion, die der Meinung ist, Sie waren es nicht, also die FPÖ. Aber das ist im Prinzip, glaube ich, in der Zwischenzeit klar, dass die politische Verantwortung, die Brandstiftung, die Brandstifter bei diesem Schaden waren die Freiheitlichen in Kärnten. Dort ist der Schaden entstanden. Dann kamen die Löscharbeiten, die Rettungsarbeiten, über die können wir gerne diskutieren. Die Frage der Notverstaatlichung. Und ich bleibe bei dem Begriff Notverstaatlichung, weil es um, also der sogenannte Regierungskommissär oder Aufsichtskommissar der Finanzmarktaufsicht mit allen notwendigen Bescheiden war schon in der Bank und hat nur gewartet, bis es 8 Uhr wird, weil er dann quasi die Bank, Anführungszeichen, übernimmt, die Vorstufe zur Insolvenz. Das war die Situation dort. Es ist damals kein einziger, es ist in der Zeit keine einzige Bank in Europa fallen gelassen worden, keine einzige. Und die Bayern, ja, die hatten Geld am Tisch, die hatten ein Risiko von 6 Milliarden Euro am Tisch liegen. Und mit wie viel Geld sind Sie denn aufgestanden und nach Hause gefahren? Von diesen 6 Milliarden, wie viel haben Sie mitgenommen? Einen Euro. Einen Euro. Die 6 Milliarden oder die 5 Milliarden, 999 Millionen, 999.000 und 999 Euro sind ja am Tisch liegen geblieben. Davon sind 3,5 Milliarden endgültig für die Bayern sofort verlustig gegangen. Um 2,5 Milliarden wird noch gestritten vor Gericht. Da wird ein Richter entscheiden, ob sie das Geld bekommen oder nicht. Und weiteres Geld ist auch vom Richter, nämlich jenes Geld, das die Bayern in den Monaten und Wochen davor aus der Bank rausgezogen haben. Das heißt, für die Bayern ist die Notverstaatlichung nicht besser gewesen als ein Konkurs. Jedenfalls aus heutiger Sicht nicht. Weil das Risiko, was sie hatten, Reputationsverlust hatten sie keinen. Das stimmt. Wobei den Reputationsverlust bei mir haben sie jedenfalls. Und bei vielen anderen auch. Die, die einfach ordentlich auf die Sache schauen. Aber monetär sind sie mit einem Euro nach Hause gefahren. Und ein Richter entscheidet, wie viel Geld sie noch bekommen von dem. Genau dasselbe. Es war halt ein Insolvenzrichter gewesen, jetzt ist er ein Zivilrichter. Also ein anderer Richter entscheidet. Aber das ist die Situation. Und ich höre keine einzige Alternative zur Notverstaatlichung. Das Einzige, was man hört, ist, es hätte Alternativen in der Ausgestaltung geben. Das heißt, die Notverstaatlichung, dafür gibt es Verständnis. Nur man hätte besser verhandeln können. Vielleicht einen höheren Beitrag von Kärnten verlangen können. Oder einen höheren Beitrag von der Grave. Über das werden wir dann wahrscheinlich auch diskutieren. Das muss man aber sagen, dass wir hier von Stellen hinterm Komma reden. Vom Schaden. Alles, was wir hier reden, ist hinterm Komma passiert. Der Schaden, der entstanden ist, das sind die Zahlen vor Milliarden Komma. Und über die Probleme, die es bei der Rettung gegeben hat, der Schaden ist hinterm Komma entstanden. Und wenn wir reden von dem Bild, Brandstifter und dann die Rettungsmaßnahmen, die Löschmaßnahmen, dann darf man nicht eines vergessen. Wenn man in ein Haus reingeht und löscht und in jedem Zimmer waren Petroleum-Tanks, in jedem Zimmer waren Benzin-Tanks, in jedem Zimmer waren Bürotechnik-Lager drin, dann ist die Rettung halt auch ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger als ein normaler Brand. Und diese Bank hatte eben in jedem Zimmer noch eine Petroleum-Bank, der natürlich dann auch bei den Rettungsarbeiten um die Ohren geflogen ist. Das muss schon klar sein, dass das nicht eine normale Bankrettung war. Wir haben ja andere erlebt, die in der Abwicklung auch nicht billig waren. Alles andere als das, wie die Kommunalkredit, die aber relativ zügig und ich glaube auch relativ professionell in eine Petbank-Lösung übergeführt worden ist und abgebaut werden seitdem. Und ich bin gern darüber bereit zu diskutieren und sehe das auch so, ich könnte mir das jetzt einfach machen und sagen, wir waren ja immer schon für die Petbank, was nachweislich stimmt. Aber es hat Argumente dafür und dagegen gegeben. Es hat lange gedauert, diese Entscheidung zu treffen. Ich hätte sie mir auch früher gewünscht. Und ich glaube, man hätte wahrscheinlich beim Abwickeln das noch professioneller machen können. Und über das kann man dann gern auch diskutieren im Detail. Aber entscheidend ist auch die Zukunft, weil es ist ja noch nicht fertig. Wichtig wird sein, wie wir dieses SEE-Netzwerk verkaufen können. Ich gehe davon aus, dass der neue Finanzminister hier, sollte die Krise sich das im Nachhinein anschauen, sagt, na, das ist professionell abgegangen. Aber uns muss schon eines klar sein. Wenn es uns nicht gelingt, bis zum 30.06. diese zu verkaufen, dann müssen die auf Abwickeln gestellt werden. Und da sagen die Experten, das kostet noch einmal 2 Milliarden Euro. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Auftrag, das zu machen. Noch zum Schluss darf ich sagen, nachdem jetzt der Kollege Strache rauskommt, dass er vielleicht kurz dazu Stellung nimmt und auch einmal klar sagt, dass diese Art von Politik nicht eine Politik ist, die zukunftsfähig ist. Sie haben hier den Jörg Haider, der 2007 gesagt hat, wir werden den Löwenanteil der Hypopillionen für die kommenden Generationen anlegen. Damit handeln wir im Sinne der jungen Menschen dieses Landes nachhaltig und zeigen Weitblick. Deswegen wird Kärnten reich. Ganz ehrlich, das muss klar sein, Kärnten wurde nicht reich. Österreich wurde dadurch nicht reich. Es geht nicht um Millionen, die angelegt worden sind. Es geht um Milliarden, die bezahlt werden müssen, auch von der kommenden Generation. Die Verantwortung dafür tragt in erster Linie die FPÖ. Und sagen Sie bitte auch dazu was. Dankeschön. Vor fünf Jahren sei schon klar gewesen, dass ein Riesenschaden für den Steuerzahler entstehe, sagt Kayan Greiner, SPÖ-Finanzsprecher. Man müsse jetzt darauf achten, den Schaden für die Steuerzahler möglichst gering zu halten.